Guten Tag zusammen, ich habe heute mal wieder ein Replay von einem Klangkollegen. Er hat mir einen schönen Link zugeschickt von Wolle in seinem Amix 1357. Er hat es genannt Schwarzwälder und wenn ich einen Link zugeschickt bekommen muss, wo es heißt Schwarzwälder, muss ich immer aufmachen, weil Leute, ihr wisst ja, ich bin auch ein Schwarzwälder. Gut, wir machen kurz mal ein Päuschen, zack, Schwarzwälder wollen es immer ganz genau wissen. Was haben wir denn hier? Okay, Rick ist dabei, Tim ist auch am Start und seiner unglaublichen Artie. Ja, ist machbar, ne? Okay, die sind zwar nicht top, dir, aber schauen wir mal, was die so machen. Ich mache die Minimap kleiner, das gefällt mir sehr gut, Wolle. Ja, da ist die schön groß. Das ist ja schon ein schickes Ding, der hat, glaube ich, acht Schüsse, ne? Ja, Rick geht nicht um Black Prince. Ja, ja. So, gehen wir mal. Auf Wolle. Gut, Tim fährt nach hinten, ist klar, ist ja artig. Oh. Okay. Hat er sich da gerade was eingeschenkt oder so? Äh, gut, eine gute Schwarzwälder braucht da mal eine gute Schwarzwälder Schnaps, gell? Und, oh. Was macht er denn da? Alles klar, mhm. Und eine gute Schwarzwälder Kirschtorte. Leute, wenn irgendeine Schwarzwälder Kirschtorte kommt, probiert sie mal. Aber jetzt wollen wir uns auf das Spiel konzentrieren. Wolle hat es jetzt auch geschafft. Er könnte ja eigentlich noch ein Stück vorfahren, aber der E25 ist schon, ist schon da vorne. Von dem her klaut er ihm eh die Spots. Rick gefährt auf die Heavy Line, da macht er einen schönen Spot hier. Und der Tim steht hin. Okay. Eins, zwei, drei, vier, acht Schuss hat der. Geile Scheiße. Entschuldigung. Mhm. Mhm. Okay, er macht den üblichen Spot hier unten, fährt ran. Der E25, oh, da drüben geht der Punk ab, schaut mal. Uiuiui. Naja, Rieke wird schon carry'n, hä? Gell, Rieke? Aha. Also bis jetzt. Ah, jetzt. Okay. Gut, das ist cool an so einem Light ist, du bist halt schon mobil, ne? Das ist, du bist halt, äh, die Überraschung, die Surprise-Show. Mal in Indien, wohin guckt er? Der guckt weg. Du bist halt der Typ in dem Light, der den Leuten auf den Piss geht. Und du musst auf deine Chance warten. Hey, uuuh. Mann, Wolle. Du kleiner Spritzer. Wir haben noch zwei Arti, die kann er sich schmecken lassen. Oh, das ist halt schon ein Wort, ne? Mit acht Schuss da reinzufahren. Aber... Einfach durch, durch die Mutti. Ey, ist schon ein geiles Teil. Aber das hat wenig HP, 890. Ist nicht viel. Stufe 8. Wenn du gegen 8er oder 9er, oder gar 9er ran musst. Oh, das ist er voll. Jetzt müsste er den E-25 klippen. Ja, ja. Und da ist er. Na? Der E-25 merkt, dass er sterben wird. Ja, wohl, er hätte den jetzt selber fangen können. Komm runter da. Auf. Auf, Mutti. Komm. Der lädt zwar auch verdammt schnell nach, der E-25. Aber, wenn du 890 auch auf der Uhr hast, ist das kein Problem. So, was macht denn der Tim? Ja, steht da hinten. Rieke. Hat's fast carryen können, die Heavy-Ecke. War ganz knapp, habe ich mir sagen lassen. Gerüchteküche kocht natürlich. In ihrem Black Prince. Und da kommt noch ein 112er. Jetzt muss er mal die Beine in die Hand nehmen. Jawohl. Such dir weichere Ziele. Na? Das Skorpion wäre ganz nett. Oh, knappe Kiste, ja? Wichtig sind jetzt die Spots für Tim. Sehr schön, sehr schön. Puh, so Light-Gameplay wäre nix, nämlich mehr viel zu hektisch. Okay, AT-7 kriegt's, denke ich, besorgt von Tim. Das finde ich gut, was er jetzt macht. Jetzt versucht er dem Tiger ein bisschen zu helfen. Jetzt muss er um ihn rumfahren. Jawohl, noch ein Stück. Jawohl. Jetzt. Zack. Zack. Das ist schwierig, Auto-Aim gegen den Achter, aber gut. Er hat ein bisschen geholfen. Der Tiger kann den Rest machen, ne? Gut. Also die Rolle des Supporters gut erfüllt. Und rum, 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 um die Mutti. Jawohl, fünf Kills. Letztes Spielchen, muss man sagen, ne? Aber danach bräuchte ich erstmal eine Beruhigungstablette. Das wäre mir viel zu hektisch. Aber gut, ich bin eh so ein Heavy- und Made-Fahrer. Ja, war schön. Fünf Kills und 1400 fast. Und gut zusammengearbeitet, denke ich, mit dem Tim. Gut die Spots gebracht. Immer mal wieder eingesprungen, supported. Haben die Leute rumgefahren, sie rausgenommen, auf den Piss gegangen. Was halt so ein Light macht. Egal. Okay. Das soll's nochmal gewesen sein. Jo. Bis demnächst, ne? Ciao, ciao.